Guten Abend, Damen und Herren, herzlich willkommen bei Besondere Tiere. Heute geht es um den Birkhund. Ich selbst besitze einen Birkhund mit dem Namen Johnny. Ich werde jetzt einfach mal zu mir reden. Johnny, hallo! 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 Ist das ein Herrchen? Ja, Johnny, ist ein Glück. Ja, Johnny, klatsch! Klatsch! So, Johnny kann auch viele andere Sachen, zum Beispiel kann er sprechen. Komm, wir haben gesagt, dass du ihm zu schauen kommst. Hallo! Hallo! Ja, das hast du schön gemacht, Johnny. Und Johnny kann auch Mundharmonika spielen. Johnny, spiel was viel zu, aber komm. Ja, das hast du fein gemacht, Johnny. Ja, das hast du fein gemacht. Und Johnny kann natürlich auch Stöckchen abholtieren. Komm, Johnny, hol den Stöckchen! Ja, komm, Johnny, Spalderhund, ja, komm, komm, komm! Ja, sehen Sie, und der Hund ist auch schon wieder. Johnny, gut gemacht, guter Hund, ja. Ja, ja, ja. Das Problem ist natürlich, er ist nicht stubenrein, aber das kann ja noch kommen, meine Damen und Herren. Und wenn man mal Hunger hat, dann kann sich Johnny auch in eine Veneersekunde in einen Toaster verwandeln. Und da ist es geschehen. Johnny hat sich in einen Toaster verwandelt. Johnny, ist der Toast schon fertig? Wunderbar, zwei Toastscheiben, wunderbar. Dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, bis zum nächsten Mal bei Besondere Tiere. Danke.